Hallo und herzlich willkommen ich habe leider vergessen letzten Minuten aufzunehmen ich weiß nicht wieso Schau auf F9 gedrückt oder hatte aber vergessen auf jeden Fall Prozent ja wir sind in den Bossverein dann hat er zu kurz erklärt was wir wollen und dann sind wir noch mal verblüht gelaufen durch einen doch mal durch eine Tür dann jetzt bin ich sind wie Naruto drinnen ähm und Klappy hilft uns halt also in Gedanken ist der bei uns der kann zu uns reden sie haben so ein Profis gemacht ähm hat halt eher wieder coole Reime gemacht und so ähm ja dann daraufhin 29 Naruto hat das Tor geöffnet und jetzt kämpfe gegen den neunschwitzigen also jetzt sind wir noch im Menü und da ist mir gerade aufgefallen dass ich das aufnehme das kann schon mal einem Anfänger passieren was soll mir ich hier drauf ja ähm ich wollte gerade die die ii ähm ich wischte ich brauch kein Team nein das so ich wollte gerade die Palizia anpassen für den Kumpf ich meine es ist egal was sie tun ist auf jeden Fall hier sieht jetzt der Haas wird Ach ja Kapitel 4 in der Rutsch geburt dies das also wir sehen seit dem Boss von der Rinsen in Kapitel 4 das ist nicht gut ist und da gut du konntest irgendwie fliegen und ich spreche ich nicht wie schon und los geht's das meinte ich 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 wusste es ich legende Schwierigkeit ist gut dass ich das aufnehmen legende Schwierigkeit ist Gott 5 nutze deine eigene Stärke in diesem Kampf ist ein Rückschlag möglich konfrontiert hier mit dem Tier brennt der Wille noch größer voll und schätzt sich ganz allein heraus Schwierigkeitsgut 3 mächtiges du gut ein Kampf in dem ein Rückzug unmöglich ist dem also kille bis Hilfe an zeigen was das neue Ziel was meistens schüler zu leisten leisten im Sturm ist ja was hat ihn hier und so hat er und das ist ist schlug ist weiter da wunderbar der mag st gut aber hier ist jetzt was Meister und er will uns hier helfen nicht wenn gibt es nur mehr Punkte und ist schwierig nur ob ich will trotzdem die Bisschen Tscheche der in den Anime gesagt ja ich kämpfe sie wird angriffen ein Gesicht Gesicht treffen sie nun schützen wird sein und für mich nur Schwerzblock Vorsicht einigen können die gar nicht geblockt werden Schwarzschild drücke auf wenn die Sprit näher die schnellen trifft sein Gesicht oh fuck also ich kann jetzt nicht das hier machen yeah ich sollte vielleicht doch aus weichen jetzt ach fuck jetzt heu ich ihn gestern oh 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 okay Scheiß in die folgte Richtung bombe das ist also zu zeigen ist nur das wenn es hier Oh, oh. Jetzt schon? Oha. Ach, ich doch. Jetzt kommen wieder so ein Quick-Type. Danke, Takono-san. Geh' zu. Ach so. Ich bin ein Wunsch. Ich bin ein Wunsch. Hast du jetzt den Wunsch? Äh, der auch schönes Getut. Also halt, aus Gefecht. Okay. Ich werde nicht gegen dich verlieren. Ach so. Also ich mochte wieder nach oben. Nein. Kein Ver... Oh. Scheiße. Es kommt schon, trifft doch mal. Nicht getroffen. Na, jetzt kommt... Ah. Jetzt kommt ein Click-Type. Ich hoffe, man kann nicht in die falsche Richtung drücken. Wir sind es... Es ist nichts ganz zu gut. Lol. Komm schon, komm schon. Und... Und... Ich muss besser aufpassen. Jetzt wieso. Und, 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 und. Oh, wow. Oh, wow. Das ist doch richtig schwer jetzt gerade. Aber ich glaube, das war jetzt nur ein, ähm... Quick-Time-Event. Oder? Und, und, und... Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 und b und ich wechsle ich immer b und t hier sie wie auch mit dem Das war's für heute. Käpt'a! Achso, wir haben jetzt ein Chakra. Das war mal wie ein geiler Kampf, ich liebe ihr. Ah, ist doch schön. Und noch mal mehr Geld, noch Gewinn und neun Schwinn sieht, wer überwältigt ist. Das ist so. Und fünschen. Nummer 6, Nummer 13, Nummer 250, Nummer 22, Nummer 517, Nummer 716, Nummer 816, von den Ninja-Crotten. Hammergeile Folge. Ah,